Ich bin Marinette, ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Aber es gibt etwas, das niemand über mich weiß. Ich hab nämlich ein Geheimnis. Die Schule ruft, da muss ich hin. Doch krieg ich ihn nicht aus dem Sinn. Er sieht mich an, bin irritiert, ob er sich für mich interessiert. Mir wird ganz schwindelig. Wo bleibt mein Gleichgewicht? Doch wenn's gefährlich wird, ist eines ganz schnell klar. Ich bin Ladybug, bringe dir Glück und habe fest, dass es gelingt. Bin Ladybug, es ist verrückt, wie weit uns die Kraft das Gute bringt. Bin unschlagbar als Cat Noir, doch dann denk ich, ach wäre sie nur da. Ist sie bei mir, fühl ich mich gut. Sie macht mir Mut, wenn's keiner tut. Lass ich mich darauf ein. Liebe kann grausam sein. Doch wenn sie lächelt, ist eines ganz schnell klar. Ich bin Ladybug, bringe dir Glück und glaube fest, dass es gelingt. Bin Ladybug, es ist verrückt, wie weit uns die Kraft das Gute bringt. Das große Staffelfinale von Miraculous, Donnerstag und Freitag, 18.40 Uhr im Disney Channel. Bin Ladybug, es ist verrückt, wie weit uns die Kraft das Gute bringt. Bin Ladybug, es ist verrückt, wie weit uns die Kraft das Gute bringt.